Herzlich willkommen gute Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht ab Leute? Ich hoffe ihr habt ein angenehmes Wochenende. Der Sonntag scheint wunderschön zu werden. Wir haben wundervolle Sonne draußen, zumindest hier in Bremen. Bitcoin hält sich bei der 19.000er Marke stabil. Die Frage ist wann. Ethereum ist auch über der 1.000er Marke. Aber das sind so Bereiche, die sind super, super kritisch. Wir sind genau an der Schwelle. Also ob das jetzt so positiv ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich halte das gar nicht für so schön, dass wir genau an der Grenze kratzen, wo das Ganze eventuell brechen könnte und wir wesentlich tiefere Preise sehen können. Viele denken jetzt auf Twitter, wie ich das erkenne, ja, das ist gut, es hält sich, es ist stabil. Auf US-Twitter, bevor einige fragen, ja wer denn? Ich gucke mir meistens nur den US-Content an. Der ganze Markt an sich ist eigentlich mehr am Fallen, bis auf einzelne Ausnahmen, die mit wesentlich stärkeren Prozenten auch umgehen. Also ihr seht es ja hier meistens, die stärksten sind so 3%, 2%, 0%, noch was Prozent. Aber ich habe einige gesehen gehabt, die dann mit 20% oder 10%. Hier XEM zum Beispiel. Es gab noch einen weiteren, der war unten, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß oder war heute oben. Also es gibt einige hier mit 14%, es gibt einige mit 15% hier, Tata Fuel zum Beispiel auch. Das sind aber mehr die Ausnahmen. Das sind so kleine Ausreißer. Der Großteil des Marktes ist einfach noch in dieser Schockstarre und keiner weiß, was wirklich los ist. Das erkennen wir auch am 4. Greed Index. Wir waren kurzfristig auf 14, sind auch wieder auf 11 runtergefallen. Also halten uns immer noch in diesen tiefen Bereichen, um die 10 herum, um die 10, 13, 14, kurzfristig auch mal wieder auf 6, 7 runtergefallen. Also das Sentiment ist eher negativ eingestellt, egal wie positiv die News sind. Ich wiederhole das jetzt auch noch einmal für Leute, die neu auf dem Markt sind. Nur weil wir gute News haben, heißt das nicht, dass der Preis jetzt kurzfristig stark nach oben gehen muss. Es ist sogar ganz im Gegenteil, dass oftmals, wenn wir in solchen volatilen Zeiten gute News kriegen, dass der Preis dann noch weiter fällt. Und wenn wir in sehr negativen Bereichen auch sind und noch negativeren News kommen, ist es meistens so, dass wir steigen. Also darum, die News, die schauen wir uns an, um langfristig ein Projekt bewerten zu können und schauen, ob das langfristig Potenzial hat oder nicht. Okay Leute, bevor ich weitermache, liked bitte dieses Video, wenn ihr mögt, was ihr hier seht und unterstützt diesen Channel beim Wachstum. Okay, gucken wir uns das mal an, das fand ich nochmal interessant. Vor einigen Tagen hatte Jet McCaleb noch 81 Millionen XRPs, jetzt hat er weiterverkauft und hat nur noch 59 Millionen XRPs. Er ist bald fertig und hat bald keine XRPs mehr, um weiter den Markt unter Verkaufsdruck zu setzen. Er hat irgendwo, lasst mich liegen, ich habe jetzt immer noch wieder vergessen nachzuschauen. Ich glaube bei 9 Milliarden hat er gehabt, 9 oder 6 Milliarden, ich weiß immer nicht mehr, verwechsel die beiden Zahlen, ist jetzt ein signifikanter Unterschied. Aber er hat so gut wie alles verkauft. Von diesen Milliarden von XRPs, die er hatte, besitzt er nur noch 59 Millionen und das ist nicht mehr so viel. Damit kann man den XRP-Markt nicht dumpen und das macht das Ganze nochmal interessanter aus einer XRP-Holder-Position. Gucken wir uns mal an. Das war nochmal interessante News. Über einen spanischen Startup-Unternehmen namens Pearsist wird die XRP-Ledger genutzt, um in Kolumbien Landflächen zu verifizieren. Das heißt, wenn da gekauft wird, beziehungsweise wenn Landflächen gekauft werden, dann wird man über einen QR-Code auf der XRP-Ledger das bestätigen können, dass man diese Fläche gekauft hat. Und das wird auch in der Regierung registriert und dort auch eingetragen wird automatisch. Und das bringt halt einfach wieder eine neue Anwendung auf die XRP-Ledger. Warum? Das hat ja nichts mit Zahlungswesen zu tun, fragen sich jetzt wahrscheinlich viele. XRP, wie ich sage es immer wieder, die XRP-Ledger ist schon weitaus mehr als nur Zahlung. Im Bereich DeFi, im Bereich Gaming, im Bereich NFTs, was einzigartig ist, was XRP bald bringen wird, sobald der Update durch ist, dass man NFTs auf der XRP-Ledger ohne Smart Contracts melden kann. Eine integrierte DAX, eine Runtime von 100% mit 0%iger Ausfallquote. Es bietet einfach Sicherheit für die verschiedensten Arten von Anwendungen und dann ist es auch noch on top interoperabel mit anderen Blockchains. Ja, man kann halten von XRP, was man möchte. Man kann sagen, ja, Ripple wird, man kann on demand liquidity auch ohne XRP nutzen und darum weiß ich nicht. Abwarten, Leute, abwarten. Ich denke mal, viele, viele beurteilen XRP einfach immer noch aufgrund der internationalen Transaktionen, die getätigt werden sollen, nur auf diesen einen Use Case. Aber es ist schon so viel mehr als das und das sehen die meisten einfach nicht. Okay, Mika ist jetzt endlich mal besprochen und durch EU beschließt Bitcoin-Regulierung. Also Bitcoin ist fein weg. Das Thema mit Proof of Work ist vom Tisch erstmal. Kein Proof of Work-Verbot, das war positiv. Was wollen sie jetzt? Sie wollen jetzt, dass Firmen oder Kryptofirmen einen Umweltbilanz präsentieren. Das heißt, jetzt gehen sie in diese Richtung, ich habe es euch immer und immer wieder gesagt. Diese Nachhaltigkeitsgeschichte ist eine Problematik und die werden daran festhalten. Und Firmen, die halt Carbon-Neutral sind, die werden halt positiv in der Zukunft von solchen Unionen, von solchen Gesetzesentwürfen beeinflusst werden. Letztendlich dann setzen solche Regierungen und solche Firmen mehr auf Blockchain-Lösungen, die nachhaltiger sind als irgendwelche, die viel Strom verbrauchen. Und ihr wisst ja, eine Handvoll davon gibt es, in die wir auch investieren, die wir immer wieder bewerben. Und die werden halt Zukunft haben. Und die Geschichte mit den Unhosted Wallets ist jetzt auch vom Tisch. Ich habe euch schon gesagt gehabt, als diese Geschichten rauskamen, da haben so viele Panik geschoben. Ich habe euch gesagt, Leute, seid entspannt, warten wir das Ganze mal ab. Und jetzt versteht ihr auch, warum. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Es wird Panik gemacht, alle heulen erstmal rum, es werden Schlagzeilen rausgehauen. Und dann, was passiert am Ende? Sowas, Pustekuchen einfach. Letztendlich, wenn man über 1.000 Euro transferiert, sind Exchanges verpflichtet, die Unhosted Wallets zu registrieren, da nochmal ein KYC durchzuführen, um wirklich zu schauen, ist das wirklich die Wallet meines Kunden. Und das war's. Mehr ist das nicht. Und viele haben sich darüber beschwert, dass man bei Bitwavo das Ganze auf eine Art und Weise registrieren muss, die ein bisschen mehr Zeit kostet, dass man ein Bild machen muss von der Wallet, eine Scream-Aufnahme. Und das schließt dieses Gesetz hier schon mit ein. Das heißt, Bitwavo ist den meisten Exchanges schon lange, lange voraus. Nicht ohne Grund empfehlen wir euch das. Okay, gucken wir uns mal an. Ich fand diese Sache halt sehr, sehr interessant, dass die jetzt immer wieder mit erneuerbaren Energien kommen und das Ganze darf nicht viel verbrauchen. Und wenn man sich das mal aus einer anderen Perspektive anschaut, Leute. Das ist die World Consumptions, also was die Welt alles konsumiert in Exajoules. Jetzt schaut euch das mal an. Kohle, Gas, Öl. Ja, das ist Kohle, Gas und Öl. So viel wird verbraucht. Okay, wenn man sich das anguckt vom Jahr 2000 bis jetzt, dann sieht man, dass die erneuerbaren Energien hier in Orange wesentlich stärker entwickelt haben als der Rest. Öl ist recht gleich geblieben, ein kleines bisschen gestiegen. Gas ist auch recht gleich geblieben, gut gestiegen. Kohle auch ein kleines bisschen. Aber erneuerbare Energien, die haben halt einen wesentlich stärkeren Anstieg gehabt. Schaut euch das mal an, wie klein das war und wie groß das jetzt ist. Aber im Verhältnis zum Restgesetz, das ist ein Witz. Und dann kommen die und erzählen dir jetzt ein mit, oh, Kryptounternehmen müssen hier eine Energiebilanz. Also was soll denn der Mist, wenn man sich sowas anschaut, was Regierungen weltweit erlauben. Und jetzt kommen sie an und irgendwelche Fintech-Unternehmen, die versuchen, sich zu etablieren auf diesem Markt, wollen sie auf so eine Art und Weise ein Bein stellen. Ich meine, ich bitte euch, guckt euch das mal einfach an, und dann werdet ihr erkennen, wie lächerlich das ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ja, hey, liegt ganz bestimmt jetzt nur am Bitcoin, dass dieser ganze Energieverbrauch dort unsere Welt kaputt machen wird, nachdem man sowas hier sieht. Lächerlich. Bitcoin Conference 2023. Oh, die hauen manchmal solche Sachen raus, ne? Man muss auch über sich selber lachen können. Ich meine, hey, wir sind alle im Kryptomarkt investiert. Das betrifft uns alle. Das betrifft mich genauso. Aber trotzdem bin ich bereit, zu solchen volatilen Zeiten auch darüber lachen zu können, über so etwas. Ist einfach lustig. Und man darf das einfach alles nicht so ernst nehmen. Okay, Leute. Was hat Bitcoin gemacht? Das ist Bitcoin im Wochenchart. Auch im Wochenchart haben wir den tiefsten RSI, den wir jemals hatten. Der Candle Momentum Oscillator ist auch in einem sehr, sehr tiefen Bereich und findet hier gerade einen Reversal. Wir halten uns zum allerersten Mal in der Bitcoin-Preischart-Geschichte mit den Candle Bodies über zwei Wochen unterhalb der 200er gleitenden Durchschnittspreise. Die Frage ist jetzt, war es das jetzt? Wird das schlimmer oder geht das jetzt endlich nach oben? Müssen wir mal abwarten und sehen. Das kann man jetzt in diesem Moment nicht sagen. Wir brauchen eine bestimmte Art von Bestätigung auf den Chart, damit wir hier weitere Entscheidungen treffen können. Und diese Bestätigung sehe ich einfach nicht. Ich habe es euch in den letzten Videos auch gesagt. Wir haben hier historisch gesehen die größte rote Candle Body gebildet, die es hier überhaupt gab. Abwarten, Leute. Das sieht immer so aus, als ob es gar nicht schlimmer kommen kann. Wie stark soll es noch fallen? Aber wir haben noch ziemlich viel Platz nach unten. Wir befinden uns, wenn wir uns das mal aus einer Perspektive angucken, hier immer noch in diesen oberen Bereichen. Ich glaube, wenn wir uns irgendwann mal später nach fünf, sechs Jahren hier zurückgucken, dann wird das hier aussehen wie eine Handelsspanne. Also dieser Bereich hier. Das wird wahrscheinlich hier aussehen wie so eine Handelsspanne, die wir hier gebildet haben. Und das können wir jetzt aus unserer jetzigen Perspektive gar nicht so erkennen. Später wird das aber ersichtlich sein. Da werden wir wahrscheinlich sagen, hey, das war doch eindeutig. Wir haben uns hier immer noch in dieser Spanne hier befunden. Es war doch klar, dass das noch eventuell weiter runtergehen kann. Jetzt aus unserer Perspektive sieht das natürlich ganz anders aus. Wir gucken uns das RSI an. Wir gucken uns den Candle Momentum Oscillator an. Wir gucken uns das Volumen an, denken uns, okay, geht ja eigentlich. Aber im Nachhinein wird alles viel, viel einfacher zu betrachten sein. Und dann werden Neue auf den Markt kommen und genau das Gleiche sagen, was wir hier gesagt haben, ne? Ach, ist doch einfach, Mensch. Jum verkaufen, da unten einkaufen. Wo ist das Problem? Wenn man aber hier mit drin ist, sieht die Geschichte ganz anders aus. Weil jetzt sind wir Teil der Historie. Aber in die Vergangenheit zu schauen, ist immer etwas einfacher. Gucken wir uns mal an, was habe ich hier nochmal gesehen gehabt. Wir haben bei dem ersten Crash, den wir hier gesehen haben, genau die 34 EMA Ribbons als Resistance gehabt. Wie wir sehen können, an dieser Stelle haben wir zweimal genau die 34. Einmal hier und einmal dort als Resistance gehabt. Jetzt sind wir runtergefallen. Die gleiche Resistance sehen wir hier auch, aber jetzt bei der 13 EMA Ribbon. Einmal hier, einmal dort und sind jetzt eingesackt. Die Frage ist jetzt, kommt nochmal sowas hier? Kommt nochmal so ein Fall und wir werden noch in die tiefen Bereiche von 14.000 kommen oder eventuell hier irgendwo zwischenstehen bleiben? Das ist jetzt halt die Frage. Jetzt müssen wir abwarten und schauen. Wenn es anders kommen sollte, dann werden wir auch diesbezüglich eine Bestätigung sehen. Wir werden dann eventuell einen Anstieg sehen bis hier oben. Kurz halten und dann hoch. Wenn wir uns hier wenigstens halten bei dem letzten Resistance, den wir gesehen haben, dann ist das schon mal ein positives Zeichen. Sollte das brechen, gibt uns das Information. Haben wir hier einen Backtest und halten uns hier erstmal, gibt uns das auch Information. Es ist nie gut, wenn wir so einen Bereich, den wir hier unten gebildet haben, öfter antesten. Ihr wisst, je öfter wir so einen Bereich antesten, umso wahrscheinlicher, dass wir dort unterbrechen werden. Das heißt, weil viele fragen, worauf wartest du jetzt? Ich warte auf bestimmte Arten von Bestätigung. Entweder nach oben oder auch nach unten hin. Das ist das, worauf ich warte. Und deshalb sage ich auch immer wieder, ruhig bleiben. Abwarten. Zu solchen Zeiten, wo wir uns jetzt befinden, da sollte man nicht voreilige Entscheidungen treffen. Wir haben keinsterlei Bestätigung auf irgendeine Art und Weise, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Darum, einfach entspannt bleiben, Leute. Ruhig bleiben. Ihr werdet schon nichts verpassen. Wir werden schon den Einstieg nicht verpassen. Und auch wenn es hochgehen sollte und meines Erachtens nach werden wir niemals den tiefsten Punkt erwischen können. Und auch wenn wir den tiefsten Punkt dann nicht erwischt haben, ist das doch kein Problem. Dann kaufen wir ein kleines bisschen weiter oben ein. Aber bemessen auf den nächsten Buran Top wird das immer noch ein bombastischer Einstiegsmoment sein. Obwohl wir den Tiefpunkt nicht genählt haben. Wir werden immer noch tausende von Prozenten mitnehmen. Darum, bleibt einfach ein bisschen entspannter, Leute. Versucht nicht diesen Tiefpunkt zu jagen. Und ich sehe immer mehr Leute, die genau das versuchen und dann immer wieder deprimiert sind. Macht es nicht. Ihr werdet es nicht schaffen. Es schafft niemand. Entspannt bleiben. Die Zeichen erkennen. Und dementsprechend handeln. Und mit diesen Worten melde ich mich jetzt ab, Leute. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend beim Livestream. Und Crypto Heroes out.